Die Kinder erhalten alle eine Nummer. Die 1 passt der 2, 2 zu 3, 3 zu 4 und so weiter. Letzte Zahl wieder zurück zu 1. Nach jedem Pass muss man um ein Hütchen herum rennen. Man kann hier die Pässe vorgeben, die Stops vorgeben, Sternschritte vorgeben, Wettbewerbe machen, zwei Gruppen gegeneinander antreten lassen, schauen, welche Gruppe schneller ist, mit mehreren Bällen pro Gruppe arbeiten und so weiter.